Willkommen zurück Super Mario 3D World Freunde. Im letzten Part haben wir Bowser geschlagen. Ich habe jetzt auch die anderen zwei Shines geholt von diesem Level. Und die zweite Shine war tatsächlich auf der Brücke, die wir mit dem P-Switch aktivieren konnten. Also sie war ganz oben. Deswegen auch das Katzenkostüm. Und wir müssen jetzt Bowser hinterher. Denn er hat unsere Feen wieder alle eingesperrt. Und da ist die dazugehörige Röhre. Und jetzt gehen wir mal rein und gucken, was uns denn da erwarten wird. In dieser einen Röhre. Und es geht ganz weit nach oben. Sehr weit. Oh Gott, wo führt uns denn das hin? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay. Ein riesiger Zirkus. Okay. Aber die Musik ist hier sowas von geil. Die beste Musik im ganzen Mario-Spiel. Oh, hört euch das an. Richtig, richtig episch gemacht. Wir befinden uns in der Welt von Bowser. Ja. Und Bowser müssen wir noch zu Fall bringen. Denn er hat dafür gesorgt, dass wir noch lange nicht fertig sind mit diesem Let's Play. Und deswegen werden wir ihn jetzt langsam, aber sicher zum Tisch bitten. Und dann mal höflich mit ihm sprechen, was denn das Ganze soll. Wir gehen in das erste Level Kampf auf den Stachelbrücken. Kampf auf den Stachelbrücken. Wieso sind Brücken denn stachelig? Wer hat sich denn den Scheiß einfallen lassen? Oh Gott. Okay. Wir wissen jetzt, warum sie stachelig sind. So, ich habe mir nochmal das Katzenkostüm geholt aus dem ersten Level. Also von der ersten Welt. Daher auch, ähm, ähm, ja. Genau. Was soll ich sagen? Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen dazu? Deswegen haben wir jetzt auch ein Katzenkostüm. Jetzt haben wir sogar noch ein zweites. Und ich muss sagen, das erste Level zu spielen nochmal war extrem nice irgendwie, ja. Es war ziemlich einfach. Und ich bin da einfach so ganz schnell durchgerannt. Wie als wäre es gar nichts gewesen. So, da war jetzt auf jeden Fall gar nichts. Was wir bisher finden konnten. Bisher war das alles noch kein Problem. Aber da hinten ist auf jeden Fall die erste Schein. Was bewirkt sich hier? Wahrscheinlich gar nichts. Noch so ein paar Münzen. Ja. Habe ich mich mal wieder in die Irre führen lassen. Komm schon Mario, schneller. Perfekt. So, da hinten hätten wir einen Feuerbruder. Okay. Den müssen wir uns natürlich zur Brust nehmen. Denn er will uns erledigen. Aber das lassen wir auf keinen Fall zu. So. Dann kurz warten. Und dann holen wir uns auch schon die Schein. Danke. So. Das wäre sogar die erste gewesen. Also alles richtig gemacht. Vorerst. Vorerst. Ja. Man will ja nicht sagen, dass man komplett immer alles richtig macht. Sondern vorerst alles richtig gemacht. Und ich darf auch nicht sagen, dass es gut läuft. Denn das bringt meistens nur Unglück. Jetzt geh halt runter, du blödes Stachelding. So. Stirb. Du auch. Du auch. So. Aber hier gab es gar nichts, oder? Nö. Sieht jetzt mal nicht so aus. Da hinten ist schon wieder ein Feuerbruder. Der sucht wahrscheinlich... Wieder Ergogod. Was mache ich denn? Was? Mario, bist du dumm. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Naja. Naja. Dann lassen wir ihm das Vergnügen eben. Dass er halt ein bisschen doof ist. Dass er jetzt nicht aufpassen konnte. Checkpoint. In der Tasche. Und dann geht's ab hier lang. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal in die Richtung. Sollte ich zumindest. Denn ich glaube, da hinten verbirgt sich was Feines. Natürlich zurückkommen ist die andere Sache. Ja. Ja. Okay. Den Stempel hätten wir. Also das Schwierigste wäre schon mal gesichert. Da vorne ist schon wieder so ein Feuerbruder. Darf jetzt nur nicht mein Katzenkostüm verlieren. Ansonsten wäre es richtig bitter für uns. Aber hier gibt es nochmal eins. Und der Feuerbruder wäre erledigt. Und da oben befindet sich... Ja. Eine Box. Die zweite Schein sollte da drin sein. Okay. Jetzt müssen wir uns beeilen. Komm schon. Drauf. Alles klar. Alles klar. Und perfekt. Sehr schön. Alles super gemacht. Alles wunderbar gelaufen. Das Timing hat perfekt gestimmt. Und dann geht's weiter. Nach vorne. Okay. 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 Die Stacheln wären da mal weg. Und ab. Auf das nächste Podest. So. Da hinten befindet sich die letzte Schein. Okay. Das heißt. Wir müssen hier extrem Gas geben. So. Perfekt. Und wieder drauf. Alles klar. Geht doch. Ja. Funktioniert doch einwandfrei. Also dieses Level läuft wirklich wie geschmiert bis auf den kleinen Teil jetzt. Aber wir haben ja nochmal ein Katzenkostüm. Komm ich ziehe es gleich mal an. Ich finde es übrigens schade, dass sich dann irgendwie nicht doch ein Pilz da drin offenbart. Und das war schon wieder ein Fehler. Und jetzt brauche ich unbedingt hier die Stacheltreppe. Denn ansonsten schaffe ich es nicht. Und ich glaube ich war viel zu langsam. Ich war viel zu langsam. So. Okay. So. Hoch. 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 Und auf die goldene Fahne. Und wir haben es geschafft. Ja. Das erste Level wäre super gelaufen. Super gelaufen. Wirklich. Nicht nur super gelaufen. Sondern Ast reingelaufen. Ast reingelaufen. Bowsers Welt wird genauso zu Nichte gemacht wie alle anderen Welten zuvor. Und dafür gibt es einen Knochentrocken mit Flügel als Stempel. Geil. Aber die Musik ist so geil. Ich könnte hier jedes Mal echt am liebsten die Boxen komplett aufdrehen und einfach nur voll ausflippen bei dem Lied. Das ist so geil. Das ist wirklich abartig geil. Das geilste Lied überhaupt. Okay. Nächste Welt. Äh. Nächstes Level und nächstes Level. Alles klar. Und schon wieder Plessy. Oh nein. Ich habe schon Plessy wieder erblicken können. Das heißt es wird auf keinen Fall cool jetzt werden. Hm. Gehen wir mal nicht davon aus. So. Was haben wir hier? Drei. Dann gehen wir erst in zwei. Plessys Dünen Rally. Oh no. Was denn für Dünen? Wir sind jetzt irgendwie in der Sahara gelandet. Wie gesagt in Boses Welt ist alles möglich. So Plessy. Dann. Ab geht's. Ab geht die Post. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dein Ernst? Okay. 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 Da ist auf jeden Fall die Shine. Nein. Ich habe schon die Shine verspielt. Okay. Ja gut. Dann kann ich mich gleich umbringen. Komm. Ich bring mich gleich um. Ich bring mich gleich um. Danke Plessy. Für diesen. Echt. Extrem. Unnötigen Fail. Danke. Vielen Dank. Bin ich dir zutiefst dankbar. Und ich freue mich drauf mit dir. Äh. Weiter zu arbeiten. Ne. Freue ich mich natürlich nicht. Plessy ist wirklich. Extrem. Schlecht in der Steuerung. Also es ist tatsächlich so. So jetzt kommt. Komm. Nein. Was mache ich denn Alter. Ich brauche doch die Shine. Ich brauche die Shine. Ich brauche die Shine. Ich brauche die Shine. Warum kriege ich sie nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wird auf jeden Fall jetzt wieder sehr viel gefällt. Das ist zumindest schon am Anfang. Ich glaube ich sollte einfach mal. Dann nicht so viel Gas geben. Oder? Denn ansonsten. Jump ich ja sowieso drüber. So. Jetzt gehe ich mal ein bisschen langsamer. Und. Ja. Perfekt. Perfekt. Was war hier drin? Gar nichts. Alles klar. So. Es geht erstmal richtig bergab. Plessy landet natürlich wieder auf dem Bar. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Danke für die zweite Shine. Oh Gott. Na. Das wird natürlich nicht episch. Wo ist der Stempel? Wo ist der Stempel? Hier. Da wie zum Teufel. Achso. Okay. Das sind ja Wolken. Ich habe gedacht. Wie zum Teufel soll ich da hinkommen? Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr schön. So. Noch ein Schein. Dann wäre dieses Thema auch gegessen. Aber. Ich weiß gar nicht wo es hingeht. Ehrlich gesagt. Oh mein Gott. 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 Sollte jetzt natürlich mal irgendwann hier die Shine aufkreuzen. Wäre natürlich extrem schön. Aber ich glaube. Die war in der Bowser Statue. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Dass die da drin war. Und ich habe es halt jetzt einfach irgendwie verplant. Mich dahin zu stürzen. Es sei denn natürlich. Die ist irgendwo hier auf dem Baum. Aber es sieht nicht so aus. Dann darf ich das Ganze nochmal machen. Hier gibt es natürlich auch keinen Checkpoint. Also war wirklich tatsächlich wieder alles für die Katze. Wenigstens hätten wir den Stempel und alles. Aber ich glaube die dritte Shine. Lässt einfach auf sich warten. Und das nicht gerade wenig. So. Komme ich jetzt da hin? Wenn ich da runterrutsche. Einfach an die goldene Fahne. Oder eher nicht. Versuch es mal. So am besten immer mittig bleiben. Mittig bleiben Mario. Mittig bleiben. Mittig bleiben. Und. Nein. Ich habe es verkackt. Ich habe es verkackt. Komme ich da irgendwie so hin? Nee. Okay. Okay. Gut. Dann machen wir eben dieses Level noch einmal. Schon das zweite Level in dieser Welt. Und gleich ist wieder Wiederholungsbedarf da. Erschreckend. Wirklich erschreckend. Einen Fragezeichenblock gibt es als Stempel natürlich dazu. Und dann können wir noch kurz das Geistelied ever anhören. Und dann können wir auch gleich wieder rein in das Level. Ach. Einfach nur geil. Einfach nur episch. Einfach nur episch. Geil. Wieso kann ich nicht länger in dieser Welt drin bleiben? Ich weiß. Ich weiß nicht. So Plessie. Auf ein neues. Na dann. Also ich vermute fast. Die letzte Schein war in der Bowser-Sandstatue da. Also ich kann es mir jetzt gut vorstellen. Bin mir natürlich aber auch nicht sicher bei dem Ganzen. So. Na gut. Die erste hätte ich sowieso wieder vermasselt. Also bei den zwei war zumindest nichts. So viel ist schon mal klar. Vielleicht war sie aber auch hier irgendwo. Ne. Hier war die zweite. Also hier ist die zweite. Außer ich gehe jetzt nicht da lang wo der Stempel war. Sondern in die andere Richtung. Wieso bin ich denn nicht gesprungen? Wieso bin ich nicht gesprungen? Aber diese Plessie Level machen mich irre. Die machen mich einfach irre. Die machen mich irre. Langsam habe ich keine Lust mehr. Mit diesem Plessie mich rumärgern zu müssen. Und ich hoffe das war auch jetzt das letzte Level mit Plessie. Denn das nächste wird wahrscheinlich nicht so glimpflich ausgehen. Zwischen mir und ihr. Oder ihm. Oder das. Oder etwas. Oder jenes. Wie auch immer. Was auch immer das für eine Kreatur sein soll. Aber ich glaube es ist eigentlich sie. Oder Plessie? Können wir mal davon ausgehen, dass es so ist. Bin mir auf jeden Fall nicht sicher. Kann alles beides möglich sein. Wieso habe ich das jetzt nicht erwischt? So. Aber jetzt. Aber jetzt. So. Ah da hinten ist die Scheine. Oder? Ich glaube ich sehe sie schon funken. Nein da ist bloß ein Pilz. Okay. Okay den Pilz nehmen wir mal mit. Kann ja nicht schaden. Wenn wir den mitnehmen. Oh Gott was mache ich denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm Plessie. Komm Plessie. Oh Gott. Wie das aussieht. Aber jetzt. Sehr schön. So. Ich glaube jetzt sollte ich mal ein bisschen langsamer tun. Denn ich denke die Scheine wird sich hier verbergen. Und da ist sie nicht. Ne aber hier ist sie. Okay. Okay das wäre die letzte Scheine. Sie war tatsächlich in der Bowser Statue. Aber spawnt halt direkt nicht gleich danach. Sondern eher unten. Also alles. Kein Problem. Es muss ich natürlich nur an die goldene Fahne herankommen. Mhm. Also die Challenge steht uns jetzt noch bevor. Wünscht uns natürlich Glück dass es klappt. Und ich drücke uns auch ganz fest die Daumen. Okay. Komm Mario. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Du kannst rutschen. Ich weiß es. Du kannst auf jeden Fall gut rutschen. Das ist uns allen bewusst. Und komm schon. Yes. Die goldene Fahne wer erreicht. Geil. 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 Gott sei Dank endlich dieses Level beendet. Also ich sage ja die Plessie Level sind jetzt nicht so mein Fall. Denn Plessie ist nicht leicht zu steuern. Gar nicht leicht. Also da gab es wirklich andere Sachen in Mario die wirklich besser zu steuern waren. Als Plessie. Naja. Geschafft ist geschafft. 210 Sterne schon. Geile Sache sage ich dazu nur. So. Wo ist das nächste? Süßes Räderwerk. Ab geht's in das Räderwerk. Was wird denn da geredert? Vielleicht Wasser? Oder vielleicht Lava? Oder vielleicht auch gar nichts. Und die wollen uns einfach nur ärgern. So. Am Anfang gab es ja nichts oder? Nee. Gab es da oben vielleicht irgendwas? Auch nicht. Okay. Ja gut. Jetzt sollten wir erstmal hier ein bisschen damit klarkommen. Der Steuerunger. Da unten ist auf jeden Fall irgendwas. Aber ich denke da oben würde auch was sein oder? Also ich gehe jetzt erstmal oben lang. Aber oben lang gibt es nichts. Okay. Gibt es hier irgendwas? Ja. Geil. So. Verschwinde. Verschwinde. Gut. Dafür gibt es bloß ein paar Münzen. Okay. Ich habe mir jetzt eigentlich ein bisschen mehr darunter vorgestellt. Aber gut. 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 Ich nehme auch die paar Münzen auch noch mit. Aber gibt es hier irgendwas? Nein. Gibt es nicht. Okay. Okay. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Gut. Weg mit dir. Ah. Ah. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Was mache ich denn? Was mache ich denn mit so dumm? Hey. Ich bin so doof. Nochmal eine riesen Piranha Pflanze. Kann ich jetzt vielleicht was, wenn ich die erledige? Oder auch wieder nicht? Ah. Wieder nur ein paar Münzen. Alles klar. Okay. Gut. Da aber die erste Schein lässt anscheinend immer noch auf sich warten. Könnte sich auch gut da oben verbergen. Aber da werden wir jetzt auch gleich mal nachschauen, ob es auch so ist. Denn es scheint mir schon ein bisschen komisch auszusehen. Wenn da oben nochmal so ein Räderwerk ist. Und genau so ist es. Oh Gott. Das war knapp. Das war knapp. So. So kriegen wir auf jeden Fall die Schein. Also wenn es jetzt klappen würde. Komm schon. Yes, sir. Gibt es vielleicht hier noch den Stempel? Nein. Okay. Okay. Dann können wir weitergehen. Der erste Schein gehört schon mal uns. Und das ist ein ziemlich schnelles Räderwerk, oder? Oh. Richtig saftige Geschwindigkeit. Dann ab in die Röhre. Und einfach mal ein Stockwerk nach oben. Hier gibt es auf jeden Fall wieder unsere schöne Fee. Da können wir uns mal ein bisschen umschauen mit ihr. Aber da oben sehe ich auf jeden Fall noch nicht Schein oder sind das Münzen? Ich weiß es jetzt nicht. Wir sollten auf jeden Fall alles hier erledigen auf den Rädern. Denn ich glaube, das könnte uns zum Schluss auch noch was bringen. Aber wenn ich nicht runterfallen würde, wäre das natürlich viel einfacher. Aber jedes Mal falle ich wieder nach unten. Und das bringt uns wirklich gar nichts. Okay. Weg mit euch. Ihr auch noch weg. Perfekt. So. Dann ihr noch. So. Gab es dafür jetzt was? Nee. Achso. Das sind immer noch zwei. Okay. So. Aber jetzt. Alle erledigt. Aber dafür gab es leider nichts. Absolut nichts. Na gut. Na gut. Dann ist es eben so. Dann gibt es eben dafür nichts. Aber vielleicht durch diese zwei Kameraden hier. So. Einmal. Und zweimal. Nein. Gab auch wieder bloß ein paar Münzen. Okay. Also Gegner bezwingen. Ist in Super Mario. Gar nicht so cool. Und wie komme ich jetzt an den Stempel zum Teufel? Indem ich da reingehe. Ich denke schon. Oder? Okay. Ich kille jetzt hier einfach mal alle Gegner. Komm. Weil ich denke ich komme jetzt dann da rein. Oder? Geh mal da rein. Ja. Tatsächlich. Und hier ist der Stempel. Danke. Für den schönen Stempel. Meine lieben Freunde. Super. Super. Jetzt nur noch. Die ein. Zwei Scheins. Und dann wäre alles. Dann wäre alles geklärt. Aber die zwei Scheins bebürgen sich. Eine zumindest unten. Also man kann wieder unten reingehen. Deswegen sollten wir keine Zeit hier eigentlich verschwenden. Alle Gegner. Schnellstmöglich killen. Dann ab nach unten. Und da gibt es eine Fragezeichenbox. Da gehen wir natürlich rein. Denn da verbirgt sich die zweite Scheine. Oh Gott. Deswegen. Was ist hier los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist die Scheine. Da ist die Scheine. Da ist die Scheine. Denn ich habe sie. Sehr schön. Sehr schön. Komm bring mich zurück. Danke. Huh. Mein Blutdruck stieg von 0 auf. Ich glaube. Ja gut. Ich habe keinen 0 Blutdruck. Also. Sagen wir mal. von 130 auf 120 oder so. Ja. Die Zeit geht mir jetzt auch langsam aus. Okay. Könnte sich die nächste Scheine hier drauf befinden. Ich weiß es eben nicht. Schauen wir mal. Ob es so ist. Dann ansonsten. Na. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Okay. Okay. Dann müsste ich die letzte irgendwo hier befinden. Und ich hoffe. Da ist jetzt nicht das Ziel. Bitte jetzt nicht. Doch. Da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Dein Ernst? Gibt es da hinten eigentlich noch irgendwas? Ich weiß es eben nicht. Ich will jetzt nicht mehr. Ach komm. Und dann kriege ich nicht mal die goldene Fahnspitze. Ich hätte einfach weiter gehen sollen. Denn da hinten gab es noch was. Ich habe noch was schimmern sehen. Mist. 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 Biest. Okay. Die Level werden irgendwie immer häufiger. Also zu dem wir nochmal zurück müssen. Ich zweifle langsam an meinen Skill-Fähigkeiten. Also langsam aber sicher komme ich ins Grübeln. Ob ich das wirklich noch so gut kann wie eben. Wer weiß. Wer weiß. Okay. Dann machen wir das Level nochmal. Und ich denke wirklich da hinten gab es noch was. Also nach dem Ziel. Müsste es noch was gegeben haben. Denn wo sollte sich sonst die Schein befinden? Wir haben ja alles abgegrast eigentlich. Deswegen ist die Frage jetzt ja eigentlich überflüssig. Was war denn das jetzt bitte? Was war das bitte? Was war das? Ah diese komisch. Was sind das überhaupt? Ratten? Oder Maulwürfe? Oder irgendwie sowas in der Art? Ich weiß es nicht. Das sieht auf jeden Fall sehr komisch aus. Und ich möchte damit am liebsten auch gar nichts zu tun haben. Oh Gott. Rauch mit dir. Okay. Perfekt. Weg mit euch. Und dann rein. Gut. Wir können das Level ja jetzt eigentlich durchrushen. Wir müssen uns jetzt hier nicht sonderlich aufhalten damit. Finde ich eigentlich ganz geil. Denn gut. Wir müssen ja nicht ewige Zeiten immer in einem Level verschwenden. Also sie zumindest ich so. So. Gleich rein. Komm. Gleich hochschießen. Stempel hätten wir. Das andere haben wir auch. Okay. Also die andere Schein. So. Da ist ein Boomerang. Den will ich haben. Ach man. Komm. Vergiss es. Vergiss es. Ich kriege schon wieder ein Item. Ich kriege auf jeden Fall wieder ein Item. Aber wieso gibt es hier zwei Eingänge? Ich verstehe das gar nicht. Ich gehe jetzt da einfach nochmal in den Rechten runter. Vielleicht ergibt sich da ja was Besseres oder so. Aber ich denke es eher nicht. Ne. Da kommt man nur an der gleichen Stelle ja auch raus. Okay. 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 Immerhin nochmal nachgeschaut. Nicht, dass es dann zum Schluss heißt, wir hätten irgendwas vergessen. Abzugrasen. Aber was ist da oben? Darum verbirgt sich auch irgendwas ganz komisches. Nein. Komm. Tötet sie sich. Ja. Perfekt. 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 Also hier war ja nichts, oder? Ne. Da war nichts. Gut. Dann können wir uns auch jetzt durch die Röhrersche... Ja. Genau. Da unten meine ich. Ja. Da unten meine ich es. Okay. Aber wie komme ich da hin? Da muss ich tatsächlich nach dem Ziel... Also ich darf nicht auf die Fahne springen. Ich darf nicht auf die Fahne springen. Super. Super. Okay. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Gar nichts. Hä? Wie komme ich da hin? Kann mir das mal irgendjemand erklären, vielleicht? Ich schaffe es doch gar nicht, darüber zu jumpen, oder? Ich versuche es jetzt einfach mal, ob ich darüber springen kann, aber ich denke es eher nicht. Oder? Na, mit einem anderen Charakter jetzt vielleicht funktioniert. Mit einem anderen Charakter wird es gehen. Okay. Kann ich meinen Charakter noch wechseln? Ja, im Moment nicht. Das macht mich echt irre. Das ganze Level macht mich jetzt gerade echt fertig im Moment. Ich weiß auch gar nicht, was ich dagegen tun könnte. Oh Gott, das war knapp. Das war wirklich, wirklich knapp. Ich muss doch da irgendwie hinkommen. Da muss es doch eine Möglichkeit geben, sich irgendwie... Da, 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 Boomerang! Nein! Ich habe ihn bekommen und dann habe ich ihn auch gleich wieder verloren. Was für ein Lappen, oder? Was für ein Lappen. Aber da oben ist auch irgendwas. Da oben ist ein kleiner Vorsprung. Ach, wieso mache ich eigentlich immer eine Stampfattacke? Ich bin so dumm. Ich bin wirklich so doof. Nein! Oh Gott, das war knapp. So, aber wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Irgendwo muss es eine Röhre geben oder irgendwas anderes. Ansonsten muss ich halt mit Peach eben nochmal da rein. Aber mir fällt auch nichts auf. Also beim besten Willen nicht. Okay. Nein! Jetzt bin ich ins Ziel gegangen. Mein Gott, bin ich durch! Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach. Darf nicht wahr sein. Darf nicht wahr sein. Da, 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 da. Bum, 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 bum. Da, 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 da. Sollten wir das dann lieber mit Peach machen oder mit Toad? Also wir haben noch... Ja gut, wir haben eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit. Aber komm, wir rushen einfach nochmal durch. Versuch es jetzt mal mit Toad. Ich glaube, mit Toad wäre einfach die bessere Variante. Da er nämlich ziemlich schnell ist. Und auch eigentlich sehr weit immer springen kann. Deswegen versuchen wir es einfach mal mit unserem lieben Toad. Pilz. Pilz ist doch gar keine so schlechte Sache, oder? Den könnten wir natürlich auch sehr gut gebrauchen. Denn wir waren ja klein. Wir haben es ja tatsächlich geschafft, klein zu werden. In dem letzten Versuch. Und jetzt werden wir das jetzt schaffen. Komm schon. Aber ich muss da irgendwie hinter springen können. Ich muss. Aber da gab es nichts. Da gab es nur Münzen. Oh Gott, bin ich dumm, ey. Oh, wieso mache ich immer die gleichen Fehler? Ich mache immer die gleichen Fehler. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Also manchmal frage ich mich schon wirklich selber. Was mache ich in meinem Leben eigentlich falsch? Oder was mache ich richtig? Oder was mache ich nicht so richtig? Naja. Das wäre jetzt auch fast schief gegangen. Super Sache übrigens. Danke dafür. So, wann kommt der? Wann kommt der Boomerang? Bring ihn hoch. Bring ihn hoch. Nein, jetzt habe ich ihm verfehlt. Jetzt muss ich. Ja gut, dann warten wir eben kurz. Okay. Ja gut. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so. Aber okay. Okay. Also man merkt, es geht auch anders drum rein. So, aber jetzt. Nein. Ich bin echt so ein Vollnoob. Ich bin wirklich so ein Vollnoob. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Nein. Ich will es nicht verstehen. Oh, komm. Komm, Toni. Komm, Toni. Und. Oh, gut. Sehr schön. So, dann nochmal ab darüber. Aber ich muss da irgendwie hinkommen. Es muss da irgendeine Möglichkeit geben. Es muss auf jeden Fall eine Möglichkeit geben. So, jetzt lasse ich mich hier einfach fallen. Ich lasse mich einfach fallen, oder? Ja. Wäre, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Okay, okay. So, jetzt brauche ich Geschwindigkeit. Auf jeden Fall viel Geschwindigkeit. So, und. Jetzt tot. Spring. Ja, geschafft. Was? Genau, und da ist der Hase. Da ist der Hase. Wirklich, hier ist die letzte Schein. Komm her, Hase. Ich habe tot dabei. Und das wäre die letzte Schein. Aber die letzte Schein ist wirklich. Sowas von mega übel platziert. Also. Man kann es wirklich nur sehen, wenn man durch die Röhre geht. Also, durch die erste Glasröhre. Wenn man da durchkommt oder durchschaut, dann funktioniert das. Aber ohne. Eher schlecht. Eher schlechte Wahl. Und das gibt natürlich auch die goldene Fahne. Haha. So. Somit wäre dieses Level endlich zu 100% erledigt. Geil. Das waren jetzt. Wie viel Level? Zwei? Und ich merke, jetzt werden die Parts glaube ich ein bisschen länger. Also jetzt zieht sich das Spiel so langsam in die Länge. Die ersten sieben Welten gingen ja noch. Einigermaßen. Aber jetzt wird es wirklich bunt. Wirklich bunt. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und wir sehen uns dann bald wieder im nächsten Part. Und dann stürmen wir wieder. Bosa's Schirken Express. Also ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und bis bald.